Ich möchte auch diesen Punkt aufgreifen von dir mit diesem Feedback. Und ich kann mir vorstellen, es soll da draußen Leute geben, die haben Angst vor diesem Feedback, weil es könnte irgendwie offenbaren, dass das, was sie tun, nicht optimal ist, nicht diesem höchsten Standard entspricht, den sie sich vielleicht sogar für sich selber vorgeben. Aber der Punkt ist ja genau der, in dem Moment, wo du dich nicht öffnest, nicht für diese Veränderung bereit bist, nicht für dieses Feedback bereit bist, in dem Moment hörst du es auch nicht mehr. Und irgendwann dann spielt sich das so ein, du bekommst es dann auch nicht mehr. Du kannst dann so eine Alibi-Frage stellen und alle werden nur nicken und sagen, ja, passt alles gut. Und du kriegst das nicht mehr. Und das ist natürlich die größte Chance, also wenn du dich dem öffnest, das ist die größte Chance, selber zu wachsen, zu lernen und dort einfach entsprechende Meetings dann, bleiben wir einfach beispielhaft bei diesem Meeting, aber es steht für vieles andere in deinen Führungsaufgaben, dieses Feedback einzuarbeiten in das, wie du tust, in das, wie du dich selber entwickelst und dann dorthin. Es ist ja geradezu ein Mythos, dass großartige Kommunikatoren quasi vom Himmel auf die Erde gefallen sind und dann waren sie einfach da und dann haben sie großartige Reden geschwungen. Was die meisten dabei übersehen, ist, dass das viel, viel Übung ist und sich dem Aussetzen und Feedback davon. Schon erwähnt, der John Chambers hat zum Beispiel gesagt, ja, die Leute glauben, er kann das so großartig. Erstens hat er großartige Angst gehabt vor dem öffentlichen Reden, inklusive, wie sagt man das, elegant auf Deutsch, inklusive Übergeben vor dem Public Speaking. Und dann hat er auch gemeint, so ein CEO muss ja quartalsweise irgendwie regelmäßig Fragen und Antworten beantworten von Shareholdern und aber auch von der Wall Street und so. Und da hat er gemeint, ja, man kann sich ja gar nicht vorstellen, wie viel Übung da im Vorhinein drin steckt. Ja, dass er einen professionellen Mediatrainer dabei hatte, dass er stundenlang diese Fragen und Antworten geübt hat im Vorhinein. Ja, also, dass das mit Video aufgenommen wird und dann analysiert wird, wie er auf die Sachen geantwortet hat, etc. Und das ist ein Punkt und eine Ernsthaftigkeit dahinter, die kann sich jeder nur hinter die Ohren schreiben. Und einfach, na, ich kann das nicht, ist da einfach keine Aussage dazu. Und so gut, das Alte ist, du kannst das noch nicht, ist da einfach schon viel besser. Und wie im Sport auch, Übung macht den Meister. Und wie im Sport auch, Übung macht den Meister.